Wenn die Zeit noch mal ein bisschen laut, jetzt ist das Teamwende, Team USA, Team USA, Team USA und Team USA. Das Teamwende ist ein schönes Teamwende, Team USA und Team USA. Das war's für heute. UNTERTITELUNG Ich trage mich mit Lopez um dich, ich wirklich über Michael die Vielen Dank. 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 Thank you. Bye. 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 Applaus 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 Ok, ok, ok Go, for it Nice, nice, nice Ok, ok, ok Irgendwann wird's alles bald zu einem Ende kommen. Ich denke, die Jury hat jetzt genug am Herzen sich zu entscheiden. Okay, okay. Please stay in your corner so the jury decision is clear. Okay, you have decided. You are torn. Two minutes? One minute? One minute. Okay, die Jury muss sich noch ein kleines bisschen beraten, weil die Entscheidung wirklich wirklich schwer fällt. Okay. Yeah. The jury needs one minute to talk. One minute to talk. So you guys can come on down, shake hands. Shake hands. What a really quick battle. Also die Leute haben echt anders gegeben. Ein paar von denen haben wir auch wirklich im Single Battle mit dem Bad und dem Team Battle. Ein paar richtig krasse Dinger wurden dann gelandet. Ich denke, da gab's einige interessante Sachen. Ein Schlagabtausch zwischen Mike Guthrie und Liria. Und da die Jury natürlich nicht gleichzeitig sich unterhalten kann, werden sie das bettet. Das wäre zu unkonzentriert. Muss sie sich natürlich inspirieren. Und die Jury tuschelt immer noch. Und die Jury tuschelt immer noch. Die Jury tuschelt immer noch. Das war die Jury. 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Aus dem halbäutigen Schülerentscheidung Team USA. Ab jetzt gebe ich das Wort ab. Es wollen noch ein paar Leute Danke sagen. Es wollen noch ein paar Leute ein paar Worte loswerden. Mach einmal einen großen Applaus, habt ihr alles organisiert? Ok. Nein 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 nein. Es hat sich echt alles organisiert, das ist ihr Team-Dee, es ist ganz, ganz wichtig. Frobel Games. Frobel Games. Einmal... Ihr Applaus, Applaus, Applaus. Kim Jonger, Kim Jonger, Kim Jonger, Pony Team, Wir haben auch die Leute. Parmitip, Mehau, Jules, alle Leute, die wir heute haben, heute Abend. Alle Leute, aber schön auf die Stage. Alle Leute, den großen Schöpnern, Parmuster, alle der Schöpner, alle der Schöpner, bitte. Wir reden hier noch von der Hauptbahn, die zwei, als sie, den Konkret, Hup, Hup, Hup. Komm, ich weiß. Genau. Ah, das war, na, da, da. Hier vorne, das war. Alle hier, alle hier. Okay, genau. Also, diesen Leuten, Gott ist Dank, definitiv, diesen Leuten, Gott ist Dank, stehen viele Leute noch nicht auf der Fläche. Aber jetzt wird es ein großer Applaus, mit einem großen Applaus, und wie Sie auch ein großes Herz sind. Vielen Dank, jetzt hier noch ein bisschen zu feiern. Vorne ist der Verkauf auf jeden Fall drauf. Ich danke Ihnen herzlich fürs Kommen. Ich hoffe, Sie haben einen guten Abend. Ähm, ich auf jeden Fall. Definitiv. Ja, genau. Und, ähm, ich hätte das und das Wettbewerb beendet. Die Fläche ist natürlich noch offen, Jürgen, ich habe ein Stück Bock zu trinken. Gleich herkommt. Gleich weiter Trick, Jürgen. Gleich weiter Trick, okay? Genau. Grazie. Applaus